Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Ankündigungsvideo, zu einem neuen Stream. Ja und zwar wollen wir wieder Direwolf 20 streamen, haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Und das ganze morgen am 26.04.2015 und ich hoffe der ein oder andere ist mit dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einschalten würdet. Twitch ist natürlich wieder unten verlinkt in der Beschreibung, auch die Uhrzeit. Und das wird ungefähr 19.30, 19.45 gehe ich eher von aus. Also Viertel vor acht fangen wir ungefähr an und machen ungefähr zwei Stunden. Das heißt, dass wir ungefähr um die 10 Uhr Schluss machen. Dann ist ja auch Sonntag und der ein oder andere muss wahrscheinlich morgens auch nochmal wieder früh raus. Das heißt, dass wir nicht allzu lange machen und so bis 10 Uhr ist ganz in Ordnung. Zwei Stunden, denke ich mal, kriegen wir, denke ich mal, gefüllt. Denke ich mal, denke ich mal, denke ich mal. So, ja das war es im Prinzip. Also, wann, haben wir gesagt, 19.45, wo auf Twitch und was, Direwolf 20. Also, wie gesagt, wenn ihr Zeit, Lust und Laune habt, schaltet unbedingt ein. Bis dahin erst einmal. Ciao, ciao.